Ich denke, es war eine Top-Mannschaftsleistung. In der ersten Halbzeit haben wir noch ein paar Chancen zwar zugelassen, aber ich denke, in der zweiten Halbzeit haben wir uns gut gesteigert und auch, denke ich, verdient das 1-0 gemacht. Ja, war, glaube ich, ein sehr umkämpftes Spiel, ein sehr enges Spiel. Ich glaube, mit wenigen Torraumszenen auf beiden Seiten. Es ist immer etwas Spezielles. Der erste Spieltag, man weiß nie, wo man genau steht. Ja, ich bin eigentlich immer der Typ dafür, der immer durchläuft, weil man weiß nie, was passiert. Weil es kann natürlich immer kleine Fehler passieren. Das ist einfach Fußball. Ja, und dann bin ich halt eben durchgelaufen und hatte das Glück, dass er in die Mitte geschossen hat. Da stand ich und habe den Ball natürlich geklärt. Freut mich natürlich, dass wir dadurch auch zu Null gespielt haben. Ja, Hanno hat es, glaube ich, schon sehr gut auch vorbereitet. Es hat da den Ball sehr gut nach vorne gebracht und dann nach außen gespielt. Ich habe dann gesehen, dass Hanno wieder frei steht oder dass alle anderen Gegenspieler zum Tor gelaufen sind und er im Rückraum frei steht und habe den Ball wieder fest nach innen gebracht. Und er hat den dann zum Glück über die Linie bekommen und das 1-0 gemacht. Und dass es dann auch das Endergebnis ist, ist natürlich doppelt schön. Es kann natürlich vieles verbessern. Da haben wir natürlich sehr viel noch Steigerungspotenzial. Vor allem auch im Herausspielen von Torschancen. Ich glaube, wir hatten gestern zwei richtig gute Torschancen. Einen davon haben wir ausgenutzt, also ist die Quote schon mal ganz gut. Ich glaube, das Wichtigste ist auch erstmal, dass wir halt gegen den Ball gut stehen, kein Gegentor kassieren, weil dann gehen wir nie als Verlierer vom Platz und das haben wir schon sehr gut umgesetzt und als Mannschaft sehr gut funktioniert. Ja, ich denke, mitnehmen kann man natürlich unser defensives Verhalten wieder mal. Wieder zu Null gespielt, wenig Torschancen zugelassen. Ja, und was man natürlich verbessern kann, ist natürlich, dass wir noch eiskalter vorm Tor werden. Ich denke, das werden wir auch nochmal besprechen und trainieren. Ja, und dann denke ich, sind wir gut vorbereitet gegen Schalke. Bis zum nächsten Mal.